In der Autohaus-Peter-Gruppe aus Nordhausen ist Mercedes Anziehungspunkt und Fokusmarke zur gleichen Zeit. Insgesamt vertritt der Händler inzwischen 13 PKW und Nutzfahrzeug-Brands im Verkauf vor Ort. In den letzten Jahren hat das Gebrauchtwagengeschäft als Umsatz- und Gewinnbringer ganz besondere Aufmerksamkeit erhalten. Bestes Beispiel dafür? Das junge Sterne Gebrauchtwagen-Center in Nordhausen. Der fehlende Nachschub in der Branche war immer wieder eine Herausforderung. Trotzdem hat sich der Ertrag von Autohaus-Peter seit 2021 pro Gebrauchtwagen um mehr als 60 Prozent erhöht. Das Besondere an diesem junge Sternen Standort ist die Mitarbeiter, die hier arbeiten. Mit allen, mit denen ich jeden Tag zusammen bin und mit denen arbeite ich alle schon seit 15 Jahren zusammen. Wir können uns begeistern und wir fühlen uns miteinander wohl und das ist das Besondere an diesem Haus. Das Highlight für mich war im letzten Jahr, dass ich Mitarbeiter davon überzeugen konnte, in eine neue Prozesswelt einzutauchen, sich schulen zu lassen, die Connect-Me-Aktivierung für die Kunden zu betreuen und wir es dadurch geschafft haben, in Deutschland Benchmark zu schaffen und auf dem ersten Platz zu landen. Das fand ich für mich das Highlight letzten Jahres. Mit dem neuen Geschäftsmodell Vertrag der Zukunft im Neuwarenbereich bei Mercedes-Benz wird es schwieriger und dadurch bin ich froh, dass wir unser Gebrauchtwagen-Geschäft alleine leisten können und das auch über die nächsten zwei Jahre ausbauen können in der Menge und in der Qualität unserer Leistung. Das junge Sterne-Center hier in Nordhausen sollte für mich den Gebrauchtwagen Robert24 gewinnen, weil wir ein Betrieb sind, wo das Familiengefühl herrscht, weil wir miteinander vernünftig umgehen und weil wir Lust haben, jeden früh auf Arbeit zu kommen und miteinander auch den Tag zu verbringen und deswegen möchte ich auch, dass der gebrauchte Robert24 an das junge Sterne-Center Nordhausen gilt.